Was geht Leute, mein Name ist Danny Bönnich Willkommen zu einem neutem kurzen Vlog hier auf meinem Kanal Eigentlich mache ich diese kurzen Vlogs hier eigentlich nur, wenn ich wirklich was wichtiges zu sagen habe Denn sonst finde ich die eigentlich unnötig Ja, im Moment habe ich ein paar kleine Problemchen und es ist wirklich Ich habe keine Ahnung, ernsthaft nicht Also, ich bin ein bisschen verzweifelt Es ist einfach so Also, ich suche nicht nach Hilfe oder sowas Ich will nur eine kurze Erklärung abgeben, wieso im Moment einfach nichts kommen kann Ich versuche ab morgen wieder ein Video zu machen oder zwei Videos oder sowas Oder auch drei Videos an einem Tag, um das Ganze wieder für euch ein bisschen auszugleichen Weil ich habe euch ja gesagt, jeden Tag Videos, was ja eigentlich kein Problem ist, jeden Tag ein Video zu machen Ist ja kein Problem, keine Umstände Gut, ich habe jetzt ein neues Aufnahmeprogramm und zwar benutze ich jetzt Adovo Primär Und nicht mal Sony Vegas, wer sich damit auskennt, der wird damit was anfangen können Ähm, aber ich, ähm, mein PC spinnt einfach rum Ich meine, jetzt lag meine Cam nicht Hallo, 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 habe ich aktuell Schweiß? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht Ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich gerade aufgenommen habe Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt Es tut mir herzlich leid, aber die Aufnahme laggt Die Aufnahme ist kaputt Ähm, oder meine Cam laggt extrem Mein PC, ich glaube, der nimmt einfach die falschen Drogen Ich weiß nicht genau, woran es liegt Es tut mir wirklich herzlich leid Ähm, es ist auch nur so, wenn ich auf der Xbox aufnehme Ähm, woanders ist es nicht so, dass die Aufnahmen auf einmal so kaputt sind Ich kann mir nicht erklären, woran es genau liegt Also, es tut mir herzlich leid Vielleicht muss ich irgendwas in der Xbox umstellen Ich versuche, ich weiß, kennt ihr das? Ihr habt ein Problem, aber ihr könnt es nicht lösen Es ist im Moment keine Möglichkeit da Weil ihr nicht wisst, woran es genau liegt Und es gibt, es könnte so viele tausende Gründe dafür geben Es könnte sein, dass der PC kaputt ist Es könnte sein, dass eure Software kaputt ist Es könnte sein, dass eure Cam kaputt ist Es könnte sein, dass die Elgato kaputt ist Was eher unlogisch ist, also mein Aufnahmegerät Es könnte so vieles sein, was sein könnte Und das herauszufinden, ist sehr schwer Weil es einfach so viele Sachen sind Und, ähm, immer wenn ich versuche, Call of Duty aufzunehmen Meine Xbox ist immer noch an Ich habe zwei Parts aufgenommen, bin ein Level aufgestiegen Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll Der Sound ist so ein bisschen, ne Und das Schlimme ist immer, wenn irgendwas im Video schief läuft Ähm, sagen wir zum Beispiel, der Sound stimmt nicht Mein Mikro hat aus Versehen nicht aufgenommen Ein anderes Mikro wurde aufgenommen Hat das Video natürlich immer tonen Dislikes Weil die Leute das nicht akzeptieren Die Leute suchen auch manchmal einen Grund Um das Video richtig schlecht zu machen Äh, aber es ist halt nun mal nicht alles perfekt in den Videos Und ich meine, wir suchen hier nicht nach perfekten Videos Wir sind hier auf YouTube Auf einer Plattform, wo die Sachen nicht perfekt sind Äh, im Fernseher sind die meisten Sind die Sachen oft perfekt Weil sie, alles, alles perfekt dargestellt wird Aber wir sind hier einzelne Personen, die diese Videos hier machen Es kann nicht immer alles schief laufen Äh, alles glatt laufen Ähm, bei mir ist das ganze Jahr lang alles richtig gut gelaufen Ähm, mit den Aufnahmen Es hat nichts gelaggt, gar nichts Alles war gut Ähm, doch irgendwann kommt der Moment, wo irgendwas spinnt Und das schon seit Wochen Das ist schon seit Wochen der Fall Und ich muss sagen, ich leide da auch drunter Weil ich will euch Videos bieten Ich will euch qualitativ hochwertig Videos bieten Aber es ist halt wirklich schwer Wenn in diesem Moment einfach nicht alles läuft Wie es ist Und es bringt euch, es bringt nichts zu zeigen Aber es läuft alles perfekt Ich bin YouTube Partner Bei mir läuft alles immer besser als bei anderen Weil es nicht der Fall ist Ähm, auch bei mir läuft vieles schief Ähm, und jetzt Das ist zum Beispiel so ein Fall Wovon ich euch gerne erzählen will Denn es klappt einfach gar nichts Die Aufnahme, der Ton Ich kann es nicht synchronisieren, das Video Weil es einfach so kaputt ist, das Video Und es ist einfach total scheiße, muss ich sagen Es ist so eine Scheiße Dass es nicht klappt Und ich will mich da auch jetzt gar nicht drüber aufregen Aber ihr seht Die meiste Zeit habe ich gute Laune Ein paar Leute haben mich auch darauf angesprochen Denn ich habe gesehen, du hast immer gute Laune Nein, ich habe nicht immer gute Laune Es gibt auch mal einen Moment, wo ich mal Scheißlaune habe Wegen diesem Scheiß Weil entweder meine Cam laggt Die laggt übrigens nur bei der Aufnahme Äh, bei der Aufnahme, wenn ich Xbox aufnehme Vorher laggt es nicht Also bei Xbox 360, da laggt es Oder bei Xbox One, eins von beiden, keine Ahnung Ist mir jetzt auch egal Da laggt es auf einmal Alles Glärchen, alles wird gut Wir nehmen alle Drogen Ähm, es tut mir wirklich leid Ich glaube, ich bleibe im Urlaub oder sowas Ich habe keine Ahnung Ähm, mein PC ist wirklich ein guter PC Das liegt nicht daran Ähm Ja, der Umzug Ihr seht, ich bin noch in meiner alten Wohnung Alles ist hier super, super dreckig Wenn ihr mal in den Hintergrund schaut Es ist wirklich super, super dreckig Ähm, der Umzug findet Ähm, also das wird spätestens in einer Woche Alles weg sein hier Was ihr hier gerade seht Außer das Bett und der Schreibtisch Ähm, ich ziehe nämlich erst am 2. Oktober um Denn dann kommt das Internet dort an Mir wurde versprochen, dass es am 18. 9. kommt Am 16. 9. Also vor 2 Tagen quasi Aber jetzt kommt es auf einmal am 18. Am 2. Oktober Was natürlich, äh, ja Ja, ne Da, vielen Dank dafür Ähm Ja Es tut mir so leid Ich weiß nicht I don't even know, man To be honest, I don't know No It's really, really Äh, disgusting, man Yeah Ein bisschen, äh, Englisch Fachkenntnisse zeigen Ja, ja, auf jeden Fall Ähm Ja, es tut mir leid Am 29. September Fahre ich dann auch auf dem Call of Duty Event Wo ich Call of Duty Advanced Warfare aufnehmen darf Ähm Und das ist ziemlich cool Ich bleibe dabei allerdings nicht so lange Immer wenn ich auf Events fahre Dann will ich da nicht irgendwie in der Woche bleiben Oder sowas Das finde ich immer ein bisschen umständlich Ähm Ich bleibe dann nur einen Tag Und versuche da ein bisschen was aufzunehmen Was heißt Versuche Ich, äh, mach's natürlich auch Und dann krieg ich noch mehr Advanced Warfare Gameplay Das eine Advanced Warfare Gameplay Musste ich auch löschen Was ich hochgeladen habe Denn, ähm Ja Äh, die Ich hab aus Versehen irgendwie Zu lange was hochgeladen Ich weiß es selber nicht Irgendwie so Ähm Und dann hat mich der Entwickler angesprochen Nee, nee, nee Der Näh, das geht nicht Du musst es rausnehmen Hab ich gesagt Alles klar, ich nehme es raus Meinetwegen Ähm Das war's mit dem Infovideo Ich hoffe Ich hoffe, ihr könnt es verstehen Weil Vielleicht kann ich Ich kann in der Zeit Auch was anderes immer hochladen Wenn ihr wollt Ich weiß nicht Vlogs kann ich hochladen Nur Vlogs kann ich auch nicht täglich machen Weil ich im Moment einfach Ein bisschen gestresst bin Wegen dem Umzug Ich hasse Umzüge Ernsthaft Also es gibt Wenn ich umgezogen bin Bin ich glücklich Glücklich Aber wenn ich In dem Moment In dem Moment In dem ich umziehe Mit den ganzen Kartonschleppen Und sowas Und mit den ganzen Tische schleppen Und ich hasse das Es macht keinen Spaß Es macht einfach keinen Spaß Ähm Allerdings Ich hab hier nur ein Zimmer Es sind nicht so viele Sachen Deswegen soll das ganz Soll das ganz schnell gehen Ähm Und äh Ja Hab auch sehr viele Sachen gekauft Ein Vlog zu diesem Zimmer Kommt auch noch Aber Ja Tut mir leid So ist es halt im Moment Es ist halt Scheiße So muss man es hier sagen Es ist richtig scheiße Gut ähm Ja Ich Ich suche erstmal eine Alternative Ich glaube ich werde zum Minecraftler einfach Da habe ich diese Probleme nicht mehr Ich werde schon noch herausfinden Keine Sorge Ich finde immer heraus Was das Problem ist Nur Ja Ich wollte euch nur updaten Es ist sehr wichtig Sowas Sowas zu tun denke ich Ja Okay Bis zum nächsten Mal Tschüss